so hallo thomas ralph und experience nature natur leben ich bin heute wieder in meinem camp unterwegs und ich werde heute ein pot hanger bauen den ich mit dem drangia kocher betreiben werde und dafür werde ich eine besondere gelegenheit nutzen weil ich habe von wolfgangs messer das am bulo zugeschickt bekommen und es ist jetzt hier noch ganz neu in dieser verpackung drin ich habe das noch nicht benutzt oder ausgeführt und ich würde euch einfach meine ersten eindrücke mit diesem messer hier schildern wie sich das schlägt ein bisschen draußen beim werkeln und wie das einfach auf mich dann auch wirken wird gut wie kommt dieses messer jetzt zu euch das messer kommt in einer sehr sehr wertigen verpackung also auch mit diesem wolfgangs logo da haben sie sich wirklich mühe gegeben gut wenn er diese kiste aufmacht dann ist hier so ein kleines so ein kleiner umschlag drin das sind verschiedene karten auf der einen steht wie gefällt dir dein neues produkt und eine bedankung dass du dieses messer gekauft hast dann ist hier ein 50 euro rabatt gutschein für den nächsten einkauf im online shop dabei und noch eine karte mit ist mit diesem produkt alles in ordnung und eine direkte e mail adresse wo du einfach hinschreiben kannst wo du kontakt aufnehmen kannst falls irgendwas nicht stimmt zudem ist noch eine erklärung drin für das denke ich mal tech lock system was an diesem messer verbaut ist okay so da gucken wir mal das messer an das ist hier wirklich gut eingepasst so wie es aussieht hat hier noch mal ein extra schutz wenn du das hier rausnimmst ist auch die spitze noch mal extra geschützt jetzt nehme ich es mal in die hand ein muss sagen erst mal richtig guter eindruck also ist auch nicht so schwer liegt super in der hand ist auch also der griff ist nicht so lang ich denke wenn man jetzt ganz große hände hat könnte das ein problem geben hier hinten ist ein bisschen paracord verarbeitet da mache ich glaube ich meinen knoten rein bin ich jetzt nicht so ein freund davon weil ich damit immer hängen bleibe aber man kann natürlich den griff ein bisschen verlängern und man könnte es praktisch an der hand festhalten damit es nicht raus fällt naja ok muss man muss ich jetzt nicht unbedingt haben sieht aber schön aus und finde ich eine nette idee auf jeden fall hier diese daumen rampe die finde ich auch wieder ein bisschen scharf mir ist nicht nachvollziehbar für was man sowas braucht aber ich weiß dass bei viele leute die stehen da drauf und hier diese aussparung in der klinge ist mir bisher auch noch nicht klar für was man die benutzen kann es ist aber auf jeden fall super scharf ich denke da kann man ohne probleme ein mischmetallstab anreißen hier ist noch ein stempel dass es d2 stahl ist d2 stahl kennen viele von euch als messerstahl ist rostfrei oder rost träge und lässt sich auch wirklich gut gut nachschleifen dann ist hier dabei eine kytex scheide hier hinten mit diesem tag lock muss ich gucken die beschreibung hat es vorher gezeigt das kann man entriegeln oder festmachen okay man könnte das einfach aufmachen und dann gürtel machen also gute idee aber natürlich auch sehr klobig dann ist hier noch so ein gimmick drin muss ich mir mal anschauen das ist eine pfeife auf jeden fall gucken wir mal wie die funktioniert ja die schon ultra laut muss ich sagen und dann kann man hier aufschrauben so wie es aussieht ok dann ist hier der mischmetallstab drin zum feuer machen und da könnt ihr hier sehen ist noch ein ersatzstab drin den man einfach einschrauben kann finde ich auch eine tolle idee da einfach direkt dann für dieses ding noch mal nach stadt mit zu geben also hatte ich jetzt beim messer noch nie in dieser funktion ok da oben ist noch ein kompass drin ja das ist meistens so ein gimmick schauen wir mal wie gut der funktioniert gut ich weiß jetzt nicht ob ihr das sehen könnt also da wird nach noten wird angezeigt hinter mir praktisch in der verlängerung von meinem arm wenn ich jetzt mein gps gestützten kompass dazu nehmen zeigt mir noten genau in die andere richtung ich würde mal sagen da ist einfach norden und süden auf diesem kompass vertauscht worden ist nicht so prickelnd muss man dann halt wissen ok habe gesehen das ist jetzt nicht so ausgereift aber naja passt auf jeden fall hier gut rein und diese pfeife hat mich schon überzeugt wieder mischmetallstab sich schlägt das sehen wir dann nachher gut hier noch geschwind das messer einführen das klackt richtig schön rein lässt sich super leicht lösen durch die daumenschieb technik also kann man nichts sagen und macht auch wirklich ein super super stabilen eindruck erst mal gut dann gucken wir mal was dieses messer sonst noch für eigenschaften hat bevor wir es testen so ein bisschen die spezifikation von dem messer das habe ich schon gesagt ein d2 stahl kommt zusammen mit einer kytex scheide die wirklich ein super eindruck macht habe ich ja schon gesagt dann habe ich in gc hand g 10 handgriff g 10 das kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch schon g 10 ist super widerstandsfähig kann man auch mit nassen händen ist es nicht rutscht nicht ist salzwasser geschützt praktisch lässt sich auch gut im salzwasser einsetzen das messer hat eine klingenlänge von hier nach da von 11 bis 11,5 cm also das ist immer ein bisschen die frage bis wohin man misst aber wenn man es jetzt nach einem waffenrecht angucken würde es trinkt natürlich bis hierher auch ein also und es hat ein griff von 11,5 cm länge ich finde jetzt so 10 bis 12 cm ist wirklich eine gute arbeitslänge draußen es hat einen hochgezogenen scandi bzw ja können wir schon fast sagen flachschliff lässt sich deshalb wahrscheinlich auch für viele unterschiedliche arbeiten einsetzen das messer hat ein gewicht von 228 gramm also ist nicht leicht aber auch nicht zu schwer und wiegt aber mit der scheide zusammen 366 gramm also das ist dann natürlich schon eine hausnummer wenn man die am gürtel trägt für mich wirklich der erste eindruck sieht sehr sehr arbeitsfähig aus und das würde ich jetzt auch hier einfach mal testen gut jetzt mache ich mir erst mal dieses tech lockt ran ist wirklich fein gemacht und es hat diese sperrfunktion damit es nicht aufgeht und runterfallen kann und so hat man das dann natürlich auch wirklich am mann also mir ist das zu hoch ich würde den dengler bevorzugen aber es gibt ja viele leute die es einfach gern so haben man kann es natürlich auch überall im rucksack und so befestigen sonst lässt sich wunderbar ziehen so dann nehme ich mal wieder mein hauptstück also ich gerne nehme ja gern zur rotbuche mal so ein richtiges hartholz um zu gucken was das messer aushält gut das ist mir jetzt auch wieder wichtig ich würde jetzt nicht unbedingt mit meinem eigenen messer so batonieren das wurde aber auch ausdrücklich von dieser firma gewünscht dass man einfach sehen kann was dieses messer alles ab kann und ihr seht das schlägt sich richtig gut also für dieses harte holz wo ich hier habe einwandfrei das muss ich wieder sagen mit dieser mit dieser einbuchtung hier oben wird natürlich auch euer schlagholz im mensch beeinflusst aber schön geht wirklich gut durch ne muss ich sagen erst mal guter eindruck dann schauen wir mal wie sich schnittstechnisch so schlägt von ferner stick also macht es auch erst mal ganz feine schöne locken muss man sagen sieht wirklich gut aus also jetzt wirklich aus der box heraus super scharf so ich hoffe ihr könnt es sehen das macht natürlich wunderschöne curls kann man gut damit arbeiten jetzt gucken wir mal wie dieser mischmetallstab sich schlägt das macht schön probieren okay sag mal ich bin doch so scharf ich bin doch so es war jetzt ein bisschen eine herausforderung aber ihr seht es funktioniert jetzt ist auch ein bisschen alter wind gerade da aber also der hat mich jetzt nicht überzeugt da würde ich wirklich die empfehlung geben dass der gut drei bis vier zentimeter länger ist und er ist natürlich auch super super weich ich habe da jetzt auch einiges verbraucht um daran zu kommen und irgendwie habe ich immer auch nur schwierigen winkel gefunden und der mischmetallstab der zündet auch ganz unterschiedlich und man kann natürlich also es ist so man muss immer ziehen man kann nicht hin drücken da schon einfach zu kurz dafür also hat mich jetzt auch nicht so wirklich wirklich gerockt aber ist ja eigentlich auch nur der ersatz machen wir den mal hier rein so dann würde ich zu der eigentlichen aufgabe übergehen und mit diesem messer ein pot hanger bauen gut wenn ihr jetzt ein pot hanger bauen wollt braucht ihren langen flexiblen ast man braucht ihr ein bisschen stabilere ast gabel noch mal eine erst gabel die dann später als hänger dient und zwei so kleinere ast gabeln um eurem pot hanger zu fixieren gut dann schaue ich mal wie sich das messer schlägt beim entasten machen wir hier vorne eine flache spitze hin Sachen Sachen Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, lässt sich auch gut damit arbeiten. Gucken wir mal, wie es sich beim Trennen schlägt. Ja, hat mich auch erst mal überzeugt. Auch gut. So, jetzt machen wir mal die Pothook Notch. Da schlägt man jetzt ein Kreuz ein. So, jetzt machen wir mal die Pothook Notch. Das man dann raus schnitzt. Könnt ihr sehen. Durch das, was ihr da eingeschlagen habt, habt ihr natürlich auch definiert, wo dann dieser Schnitt verläuft. Ich mache es jetzt noch ein bisschen tiefer, damit ein richtig guter Haken entstehen kann. Dann kann man hier einfach reinschnitzen. Und läuft nicht so Gefahr, dass dieser Haken ausbricht. Okay. 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 Und da entsteht dann so ein richtiger Haken aus Holz, an dem ihr nachher euren Topf, die Topfhalterung, aufhängen könnt. Und da hat sich das Messer jetzt wirklich gut geschlagen. Also ihr seht, da kannst du wirklich sauber diesen Haken herausarbeiten. Und das macht man dann über diese ganze Länge nach oben, setzen wir zwei bis drei so Haken ein. Die sollten natürlich dann immer ungefähr in der Verlängerung von dem anderen Haken sein. So, jetzt hätte ich die drei Haken gemacht. Also um das System auch zu verstehen, einfach nur so, um kurz das mal zu zeigen. Da hängt praktisch dieser Haken, hängt hier nachher dran. Okay. Und so habt ihr natürlich einen höhenverstellbaren Potthänger. So. Ich zeige euch das nochmal genauer. Hoppala. Also da hat sich das Messer jetzt wirklich gut geschlagen. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Gut. Und dann kommen wir noch zur Astgabel. Gucken wir mal, wie die Hakeigenschaften sind. Gut. 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 also geht auch gut power card geht auch gut ja kann sich sehen lassen so jetzt wollen wir noch kurz unsere zwei kleinen astgabel so 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 Das war's für heute. Einwandfrei. Gut, dann bauen wir den Pothanger mal auf. Gut, jetzt müssen wir unten noch die Stabilisierungshaken einbauen. Damit der Topf natürlich nachher nicht rausrutscht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Flamme vom Trangia sehen könnt. Der brennt da unten und ihr habt jetzt natürlich hier den Vorteil, um das ganz klar zu zeigen, dass ihr einfach ein höhenverstellbares Kochgericht habt, das sich in jede Distanz und auf jede Höhe dann einstellen lässt. Bis ganz runter. Und da könnt ihr dann natürlich auch optimal kochen oder auch euer Essen einfach warm stellen. Und das Ding, das fällt auch nicht einfach runter. Also durch diesen Haken ist das super stabil. Und hier könnt ihr wirklich 1 Liter Flüssigkeit ohne Probleme dann auch zum Kochen bringen. Ich würde jetzt, da ich ja immer gerne auch koche in meinen Videos, würde ich jetzt noch schauen, wie sich das am Buller mit einer Zwiebel schlägt. Dafür würde ich aber an meinen Kochtisch gehen. Na schauen wir mal. Ja. 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 kann sich sehen lassen muss man sagen schlägt sich sehr gut auch wieder mit dem knoblauch noch ein bisschen filigraner muss ich sagen arbeitet recht gut damit gefällt mir jetzt wo ich mal noch mit der wurst geht wie das butter zum kochen lässt sich wirklich auch gut einsetzen ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter schnippeln und unser essen vorbereiten ich denke das braucht man nicht ganz filmen aber ich möchte noch kurz meinen abschlusseindruck von diesem messer abgeben also dieses messer an sich hat mir gut gefallen das hat alle aufgaben erledigt ich konnte sowohl mit trockenem hartem holz arbeiten wie mit frischholz das messer kommt in der top qualität daher also d2 stahl g10 handgriff die kytex scheide also da muss ich wirklich sagen für den preis ist das schon eine gute sache was mir nicht gefallen hat ist dieses gimmick also da hat mich wirklich nur diese pfeife überzeugt die ist wirklich gut den mischmetallstab finde ich viel zu kurz der ist auch relativ weich konnte ich jetzt nicht so gut die funken erzeugen ansonsten finde ich dass dieses messer gut in der hand liegt wobei ich aber sagen muss für längeres arbeiten wird es mir besser gefallen wenn diese fingermulde nicht dabei wäre und ich würde auch hier wirklich eine ganz gerade klinge machen finde ich einfach zum arbeiten zum greifen besser ich habe gemerkt beim baton habe ich oft hier oben drauf geschlagen das erschließt sich mir nicht was natürlich sein könnte ist dass das für jäger gedacht ist wenn die in wild aufbrechen dass sie hier keine verletzungen haben für das wild das kann ich aber nicht beurteilen ich bin kein jäger aber der gesamteindruck von dem messer ist wirklich ja kann man weiterempfehlen ist denke ich gerade wenn man auch ein messer haben möchte dass viele unterschiedliche aufgaben erledigt ist es wirklich zu empfehlen wenn ihr dieses messer kaufen wollt könnt ihr das direkt über den link unten in diesem video machen der wird euch dann weiterleiten und da kriege ich dann auch was dafür aus dem grund habe ich diesen film ja auch als werbesendung laufen aber ihr müsst es natürlich nicht über diesen link kaufen ihr könnt auch direkt zu wolfgangs gehen ja das war mein kleines video zum am bullo ihr habt gesehen es hat seine aufgaben gemeistert wir haben diesen pot hanger gebaut oder ich habe diesen pot hanger gebaut und wenn euch dieses video gefallen hat würde ich mich natürlich über ein like oder ein abo freuen aber am meisten freut es mich natürlich wenn ihr raus geht und wenn ihr dann so ein pot hanger auch selber baut und wenn ihr eure werkzeuge die ihr kauft auch wirklich einsetzen die nicht nur daheim rumliegen oder ihr denkt die sehen gut aus dann lasse ich die zu hause liegen weil ich finde auch wenn ein messer so daher kommt das ist natürlich zum arbeiten gemacht und dafür ist auch da solche sachen könnt ihr natürlich dann auch nur draußen machen in der natur und darum wünsche ich euch ganz viel gute draußen zeit und ich hoffe dass wir uns natürlich im nächsten video wiedersehen bis dann tschüss